Musik 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 Du so mit die Motten, wir wollten die haben Musik 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 Vorsicht Feind, oh Gott, überall Musik Musik Freunde, gibt Probleme Nicht mit mir, gell Meine Probleme lösen wir gewollt Musik 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 Auf den Blick. Das Kloß wird da rein. Den Schädel brauche ich. Das Räulehut brauche ich jetzt meine Nummer. Vorsicht, ein Schädel. Gefähr den Stuhl. Löt das. Kommt jeder her. Die dumme Sau. Kommt. 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 Allerdings habe ich eh eine schwache Gesundheit. Oder aufgeben. Na nicht geh. Das ist Hirn. Okay, Leute. Jetzt kommt mal ein Nächstes. Warte, bei der Friedhof. Der Hof des Friedens. Wie schaut der Auto hinten? Na, ich seh schon. Den müssen wir so lösen. Hanna, der bittes nicht. Die dumme Sau. Ihr müsst einfach die Scheiße aus dem Hoch haben. Dörtslepp. Dörtslepp. Natürlich klang da zu einem Nächstes. Natürlich klang da zu einem Nächstes. Natürlich klang da zu einem Nächstes. Bissou, der Penny, auch gott schön, und natürlich der schlimm Shady, der wird slap, die habe ich bestimmt drümmeln lagen, oder? Ja, besser, es gibt bald nichts, das. Schädel? Nein. Aber, Moment, Zaun. Und? Wo schaut denn aus? Blutspuren. Rettet. Gut wohl. Oh, ich sehe es schon, da mache ich viel. Der dekorative Woodflur. Aha. Ich mache es schon, ich sehe es, ich sehe es. Oh Gott, was habe ich gekraftet? Ich gebe Woodflur. Ich habe doch ein Woodflur. Woodflur, Woodflur brauchen wir. Ich habe den Woodflur zum Saubordern. So, meinst du so, meinst. Das ist ja die Kapelle, wo ist es? Das ist ja nicht die Messe, Kapelle. Das ist ja auch ein Zünder. Flower Pot. Warte mal, Flower Pot. Hup, leid da so. Hekt da wurscht. Ja, haben wir. Da dürfte das Holz gehen, haben wir da gehabt. Ah, da tun sie nicht die Welt. Flower Pot. Ein Ziegel, oh Gott. Warte mal. Ein Ziegel. Haben wir. Wie viel wollt ihr den haben? Ne, mach dich. Da muss ich da selbstverständlich wieder umfliegen, gell? Ja, die gebe ich vor. Na, Fud bleibt am Flower Pot. In der Kapelle sind sie sonst bloß voll. Na, besser hab ich da wieder auf dem Video gewusst. Und natürlich, der Flauropod. Bittes. Und obendrauf möchtet er dann Wildflower. Wildflower kommt später. Möchtet er noch viel durch. Kulztag. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal die Tür. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Dort Slaps und natürlich Glitter Ein Schild Hab ich drüben Lager ich komme Geschwind Etwas lässt sich eh, aber es ist heftig Meine Knochen Das moschige Bein und Sticks Bitt auf Schüttel Scheiße, wie brauche ich denn? Eins? Wahrscheinlich nicht, oder? Der Bleibidopf Ob ich den noch brauche? Auf jeden Fall brauche ich Urnen 10 Stück für eine Urne Mit der Bluttost Aus Ja gut, das war's schon Und dann haben wir gesagt Eine Krise Eine Krise Das traut man nicht Bei den Fenstern und Türen Der Der geschüsste Sonn Ein Blatt Und dann ne Ein Blatt Ein Blatt Ein Blatt Ein Blatt Könnte sein, dass ich noch ein bisschen schlafen muss, zum Ziegelbrenner. Moment, erst mal Gitter. Klopp auf, go! Und natürlich Obsidian-Ticks. Und jetzt wohn's geh. Gang jo. Moment, Eisen. Und dann haben wir da noch Obsidian gehabt. Obsidian. Ja, pass auf Holz. Das brauchen wir nicht mehr. Das lasse ich auch da an. Da wird flogen. Warte mal. Stoppeln geh, haben wir gesagt. Wobei ich nicht glaub, dass ich den brauch. Man könnte noch. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist gelbe Farbe. Natürlich. Aber von dir hab ich von dieser Fall. Warte mal. Das ist gelbe Farbe. Warte mal. 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 Blau und Rot, wo ist'n Gelb? Da ist's. 120. 160. Ich weiß ja nicht, haben wir was gegessen? Bestimmt, oder? Was sagt'n's Holz? 129. Was läuft? Kleiner Abstecher. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich seh' ich schon, der Baum hat einige zu bieten, gell? Alla, das war's. Und dann geht's theoretisch rund um den Runden, oder? Super. Die Bleidl muss ich mal wegreißen dann. Ich meine, schaut ein bisschen blöd aus, wenn ich rumfliege. Nein, warte mal, weg damit. Bleidl brauch ich gar nicht. Dann geht's lit. Und dann وب Eine Küste. Wahrscheinlich wird der Holz drin sein. Mal wetten. Pass auf. Setzlinge mehr gekriegt. Könnte gleich mal. Na gut. Dann soll ich wieder ein bisschen abpflanzen.